Moin Leute und ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video, wobei es ist nicht so richtig ein Video, es gibt zwar bewegte Bilder, beziehungsweise Bilder nach und nach, so richtig bewegen tun sie sich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, weil ich an diesem Spieltag nur das Topspiel bei FIFA prognostiziert habe, Dortmund gegen Bayern, findet ihr hier natürlich auf dem Kanal, wobei wenn ihr das hier hört, dann werdet ihr das Video wahrscheinlich sowieso schon gesehen haben oder ihr wisst zumindest, dass es da ist und daher, weil ich eben nur eins gemacht habe, möchte ich zumindest über die anderen Spiele einmal kurz ein paar Worte verlieren. Bevor wir gleich loslegen, ihr hört sicherlich, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ich hoffe mal, das ist nicht zu sehr unangenehm für euch in den Ohren, wenn doch, dann tut es mir leid, lässt sich leider aktuell nichts dran ändern. Und ja, ansonsten geht es jetzt los, wir blicken kurz auf den Spieltag und dann kann es eigentlich losgehen mit dem Fußballwochenende. Freitagabend, das erste Spiel, also heute schon um 20.30 Uhr, Union Berlin gegen RB Leipzig. Union nach wie vor gut bis sehr gut in der Tabelle platziert, Platz 6 ist es aktuell, 20 Punkte auf dem Konto, damit stehen sie punktgleich mit Hoffenheim und Wolfsburg. RB Leipzig, eigentlich ein bisschen weiter oben erwartet, aktuell aber nur 8er Tabellenplatz, viele Punkte fehlen da auch nicht, das sind 18 nämlich bei RB Leipzig. Und ja, nachdem Union und RB Leipzig beide letzten Sonntag noch gespielt haben, konnten sie sich jetzt unter der Woche mal ausruhen, es war mal keine europäische Liga, kein Conference League, keine Champions League. Union hat verloren, RB Leipzig hat auch verloren, Frankfurt hat Union geschlagen, also sehr formstarke Frankfurter und ja, Leipzig gegen Leverkusen tatsächlich auch, wirkt ein bisschen schülermäßig, nicht gerade überzeugend, was RB Leipzig da machte. Und am Ende, ja, auch verdient mit 1 zu 3 verloren. Was kann man jetzt hier erwarten bei diesem Spiel zwischen Union und Leipzig? Natürlich ist trotzdem Leipzig der Favorit, das allererste Spiel in der Bundesliga von Union Berlin ging auch gegen Leipzig vonstatten und das haben die Unioner ziemlich deutlich verloren. Allerdings das letzte Heimspiel, das war am 22. Mai, das müsste der letzte Spieltag gewesen sein, der Vorsaison, genau, das hat sie in der 90. Minute in die Conference League gebracht, hat Union gewonnen. Ansonsten spricht aber die Statistik für Leipzig und ja, dementsprechend leicht favorisiert gehen sie auch in dieses Spiel. Nichtsdestotrotz, Freitagabend, Flutlichtspiel, alte Försterei spricht auch nicht viel gegen Union, zumal sie eigentlich auch relativ gut, ja, gut personell dastehen. Und RB Leipzig, ja, muss mehr und mehr abliefern, ansonsten verlieren sie sich irgendwann im Mittelfeld, dass sie Meister werden, das ist mittlerweile sowieso ausgeschlossen. Aber ja, die Champions-League-Plätze sind jetzt erstmal nur vier Punkte in Sichtweite oder in Sichtferne gerückt. Nichtsdestotrotz, RB Leipzig hat den Anspruch zu gewinnen, Union Berlin zu Hause auch. Ja, Spiel Nummer zwei, dann am Samstag um 15.30 Uhr zwischen Bayer 04 Leverkusen und Greuther Fürth. Und deutlicher könnten die Vorzeichen nicht sein, Bayern 04 Leverkusen eben mit diesem gerade angesprochenen 3 zu 1 in Leipzig, haben sich mittlerweile auf Platz 3 wieder vorgedrängt. Hatten ja einen kleinen Knick zwischendurch, aber die scheinen sich mittlerweile wieder gefangen zu haben gegen Greuther Fürth, die aktuell tatsächlich konkurrenzlos im negativen Sinne auf Tabellenplatz 18 stehen. Nach 13 Spielen null Mal gewonnen, okay, das geht ja noch, aber auch erst ein einziges Mal unentschieden gespielt, zwölf Mal verloren, 39 Gegentore, das sind im Schnitt drei Gegentore pro Spiel nach 13 Spielen. Und ja, dieses eine Remis hat einen mickrigen Punkt gebracht, schon zwölf Punkte Rückstand auf Platz 16. Ja, vor der Saison war sicherlich die Hoffnung auch nicht allzu groß, dass man drin bleibt, aber dass man doch so chancenlos ist. Auch zuletzt wieder gegen Hoffenheim zu Hause zwischendurch geführt, mal wieder zwischendurch gute Ansätze gehabt, aber zu Hause dann 3 zu 6 zu verlieren, das ist schon ein Armutszeugnis. Ja, so kommt dann natürlich auch so eine negative Torstatistik mit minus 28 zustande, aber ja, Greuther Fürth, was spricht für die Kleeblätter? Vielleicht, dass wenn sie mal gewonnen haben in ihrer ersten Bundesliga-Saison, dann war das auswärts, aber dass die Chancen jetzt gegen ein formstärkeres Leverkusen gerade gut stehen, davon kann man nicht ausgehen und davon träumen auch die kühnsten Leute sicherlich nicht. Dann zumal nochmal in Leverkusen, es ist nahezu ausgeschlossen, dass Greuther Fürth da was holt. Das sei denn, in Leverkusen macht man so ein typisches Bayern 04-Ding wieder und dann geht das 0 zu 2 aus, aber das ist nicht vorstellbar, auch wenn Greuther Fürth, wie gesagt, auch mal gegen Leipzig oder so gute Ansätze gezeigt hat, auswärts. Aber über 90 Minuten ist es dann nicht Bundesliga-tauglich und über 34 Spieltage schon mal ganz und gar nicht. Ja, dann das dritte Spiel, das ist Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Köln. Köln mittlerweile, ja, sehr mittleres Mittelfeld, können sie sich sehr zufrieden mit schätzen, zumal sie jetzt auch eben den Derbysieg gegen Gladbach im Rücken haben. Ein sehr überzeugendes 4 zu 1, sogar vorbei an Borussia Mönchengladbach gezogen in der Tabelle und Arminia Bielefeld nach 13 Spielen einmal erst gewonnen, immerhin schon sechsmal unentschieden gespielt. Und nichtsdestotrotz ist auch hier dann der 1. FC Köln doch schon in der relativ deutlichen Favoritenposition. Wenn gleich mal sagen muss, Bielefeld hat sich gegen die Bayern sehr tapfer geschlagen, nur 1 zu 0, am Ende verloren durch ein Tor Mitte der zweiten Halbzeit. Und nichtsdestotrotz war eigentlich schon relativ klar, dass das nicht gut gehen würde. Was ist so ein bisschen das Problem aktuell bei Arminia Bielefeld? 9 Tore erst geschossen nach 13 Spielen, das ist die schlechteste Offensive, das ist sogar noch spächer als das, was Greuther Fürth gemacht hat. Die haben immer in 11 Tore geschossen. Ja, das Pro-Argument Bielefeld lautet dann 19 Gegentore. Das ist nicht allzu schlecht, das sind beispielsweise weniger Gegentore oder genauso viele Gegentore wie Borussia Dortmund, das muss man sich mal vorstellen, beide mit 19 Gegentreffern. Gut, aber wie gesagt, auf der anderen Seite stehen dann eben nur 9 geschossene Tore gegen offensiv freudige Kölner, die 22 Mal getroffen und 22 Mal kassiert haben. Auf der Bielefelder Alm sind die Vorzeichen immer etwas ausgeglichener, spezielle Stimmung dort. Ich weiß jetzt nicht, wie das zuschauertechnisch dort sein wird. Köln, wie gesagt, favorisiert, aber so leicht tun sie sich dann bei Bielefeld in der Regel doch auch nicht. Denn, ja, das letzte Auswärtsspiel in Bielefeld verlor man mit 1 zu 0. Das, ja, war, glaube ich, zu der Zeit, zweiten Spieltag genau, der erste Heimsieg nach der Bielefelder Bundesliga-Rückkehr. Ja, den haben sie immerhin gegen Köln geholt. Nichtsdestotrotz dürfte der 1. FC Köln hier das Spiel machen. Aber auch die sind unter Baumgart, ja, manchmal zwischen Genie und Wahnsinn. Jetzt gegen Gladbach, wie gesagt, wieder Genie. Aber das müssen die dann eben gegen Bielefeld auch wieder aufs Feld bringen. Schauen wir aufs nächste Spiel. Der 1. FC Sv Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Ja, wie stehen beide Mannschaften so da? Sehr mittig, vor allem Mainz, Tabellenneunter. Zwei Punkte weniger als der Tabellen-7 der VfL Wolfsburg. Und nichtsdestotrotz dürften die Vorzeichen doch relativ ausgeglichen stehen. Mainz hat zwar gegen Stuttgart verloren, war auch nicht so ein richtig gutes Spiel. Der VfL Wolfsburg hatte immer wieder gute Phasen bei der Niederlage gegen Dortmund. Aber, ja, unter Kohfeldt ist es nach wie vor auch nicht so, dass der VfL jetzt wieder alles abrasieren würde. Schauen wir mal drauf. Das letzte Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften hat Wolfsburg 3-2 verloren. Zu Hause, aber in Mainz das letzte Spiel. Anfang des Jahres 2021 haben sie 2-0 in Mainz gewonnen. Also, es schlägt mal in die eine, mal in die andere Richtung aus. So viel kann ich mehr dazu auch nicht sagen. Bei Mainz hat man zu Hause eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, dass sie zu Hause ja tatsächlich jeden schlagen können. Und so ist es ja auch. Machen da eigentlich regelmäßig Dortmund und Bayern auch Ärger. Ist dann die Frage, wie der VfL Wolfsburg so sein Potenzial ausschöpfen kann. Schauen wir auf das nächste Spiel. Wir sind immer noch Samstag, 15.30 Uhr. Und das lautet Augsburg gegen Bochum. Der FC Augsburg mit einem späten Punktgewinn bei der Hertha. 90. plus 7. Gregoritsch tatsächlich mal wieder getroffen. Und der VfL Bochum, der hat am 13. Spieltag zu Hause 2-1 gegen Freiburg gewonnen. War ein Spiel, ja, ziemlich 50-50 gelagert. Am Ende dann noch mit einem überragenden Manuel Riemann die drei Punkte gesichert. Und das ist auch so ein bisschen das Steckenpferd der Bochumer, die Heimstärke. Da sind sie, ja, durchaus gefährlich. Schlagen da gerne mal auch den einen oder anderen Favoriten. Gut, Favoriten ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Die letzten drei Heimspiele allerdings in der Bundesliga zumindest gewonnen. Gegen Freiburg eben. Davor gegen Hoffenheim. Und davor gegen Frankfurt sogar gewonnen. Vorher noch 0-0 gegen Stuttgart. Also die letzten vier Heimspiele in der Bundesliga nicht verloren. Und ansonsten, ja, auswärts dementsprechend relativ wenige Punkte für den VfL Bochum. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit abschweifen. Aber, ja, da kommt dann der FC Augsburg ins Spiel. Der dann seinerseits wieder mal auch eher zu Hause auf mich ist, sich aufmerksam macht. Und, ja, zwar als Tabellen-16er, der in dieses Spiel rein startet. Aber aufgrund des Heimrechts gegen eher auswärts schwache Bochumer. Jedoch, ja, leicht favorisiert, würde ich sogar sagen, in das Spiel gehen. Der VfL Bochum, ja, Tabellenvorletzter in der Auswärtstabelle. Das einzige Spiel, das die auswärts gewonnen haben, müsste bei Greuther Fürth gewesen sein. Und das hat, ja, nur so eine mittelmäßige Aussagekraft. Und nichtsdestotrotz, ja, der VfL Bochum muss sich gegen Augsburg nicht verstecken. Wie sich dann die Fuggerstädter präsentieren, das ist ja auch häufig mal vom Zufall abhängig. Auch wenn sie sich zuletzt etwas stabilisiert hatten. Und dann schauen wir auf das letzte Spiel am Samstagnachmittag. Und das hat es durchaus in sich. Hoffenheim gegen Frankfurt. Zwei gut aufgelegte Mannschaften, kann man schon durchaus so sagen. Hoffenheim, Tabellenfünfter, Frankfurt zwar nur Tabellenzwölfter, aber das hat tabellentechnisch eigentlich gar nicht so viel auszusagen. Denn es liegen zwischen diesen beiden Mannschaften lediglich zwei Punkte. Gut, Hoffenheim hat das deutlich bessere Torverhältnis eben zuletzt durch den klaren Sieg mit 6 zu 3 gegen Greuther Fürth. Und Frankfurt, ja, zuletzt vor allem dadurch bekannt gewesen, spät zuzuschlagen, spät noch Punkte sich zu holen. Aber auch auswärts eben durchaus überraschen zu können oder zumindest ihre Punkte einfahren zu können. Letzten beiden Auswärtsspiele gewonnen in Freiburg und in Fürth. Und wie das zustande gekommen ist, das sei mal dahingestellt. Und ja, nichtsdestotrotz sind hier zwei Mannschaften, die eigentlich beide mit breiter Brust auftreten können. Lässt sich die Frage wiederum stellen, von welcher Seite wird sich da Hoffenheim präsentieren. Das ist ja auch oftmals schwer bis gar nicht einzuschätzen. Wie gesagt, 6 zu 3 gegen Fürth gewonnen. Das kann man vielleicht sogar ein bisschen streichen. Dann 2-0 gegen Leipzig in einem sehr guten Spiel. Dann allerdings vorher 2-0 bei Bochum. Also die Hoffenheimer, sie gehen hin und her, auf und ab. Und dementsprechend ist dieses Spiel oder der Ausgang dieses Spiels so gut wie nicht vorherzusagen. Immerhin werden wohl Baumann und Kramaric zurückkehren in die Startaufstellung. Das dürfte dann so einen leichten Pluspunkt wahrscheinlich für Hoffenheim geben. Aber das hat bei Hoffenheim, wie gesagt, eigentlich auch nicht allzu große Aussagekraft. Dann schauen wir auf das interessanteste Spiel vielleicht. Tabellen Platz 2 gegen Platz 1. Das ist Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Ja, es wird gerne der deutsche Klassiker genannt. Von diesem Namen halte ich nicht besonders viel. Naja, man muss ja irgendwie seine Produkte so pushen. Aber ich freue mich fußballerisch einfach darauf, wie auch immer das dann am Ende heißt. Ob es jetzt Dortmund Bayern, deutscher Klassiker oder wie auch immer genannt wird. Und ich habe Lust auf dieses Spiel, weil es tatsächlich, wie gesagt, spielerisch sicherlich einiges zu bieten hat. Es ist jetzt eigentlich dieses Vorzeichen oder diese Vorzeichen, die man häufig mal hatte in der Vergangenheit. Dortmund kann jetzt an den Bayern vorbeiziehen oder weiter wegziehen, nochmal rankommen. Und genau in diesen Momenten ist halt der FC Bayern eigentlich zu 100% immer da. und macht dann gerne mal mit Dortmund, was sie so wollen. Ja, was spricht für Dortmund? Es ist eben ein Heimspiel. Die Spiele sind eigentlich so gut wie immer knapp gewesen. Und ja, das letzte Spiel, das sie gewinnen konnten gegen die Bayern, war auch ein Heimspiel. Das war 2018. Das haben sie 3 zu 2 gewonnen. Ja, aber wenn man überlegt, wer hat da die Tore geschossen? Reus Doppelpack, okay, den kennen wir noch. Paco Alcacer, den kennen wir auch. Aber da wissen wir, der ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr bei Dortmund. Und ja, danach hagelte es dann nur noch Niederlagen für Dortmund. Und nichtsdestotrotz kann man nicht sagen, dass es hier eine klare Kiste für Bayern wird. Man darf gespannt sein. Wird Erling Haaland in der Startaufstellung stehen? Ist er bei 100%? Und was wird dann Bayern machen? Wer wird da wieder zurückkehren? Wer ist noch angeschlagen? Wer präsentiert sich wieder? Ja, von daher, über dieses Spiel wird sicherlich noch viel gesprochen werden bis morgen Abend. Ich freue mich tatsächlich einfach drauf. Und wie immer, habe ich eigentlich immer ein gutes Gefühl und denke, okay, also was heißt ein gutes Gefühl? Aber der Spannung zugute, sage ich mal, dass der BVB das gewinnen könnte. Denn dann wird es in der Liga sicherlich noch spannender werden. Und am Ende, ja, wird sich möglicherweise der FC Bayern wieder das Ding krallen. Aber hoffen wir mal zumindest, dass es ein spielerisch gutes, ansehnliches Spielchen wird. Und dann können wir uns eigentlich nicht beschweren, wenn wir sowas Gutes präsentiert bekommen. Ja, wobei, ich werde es wahrscheinlich nicht sehen können. Ich bin nämlich selber im Stadion. Wen es interessiert, St. Pauli, Schalke, die spielen Samstag 20.30 Uhr. Gibt es auch eine Prognose dazu auf diesem Kanal? Schaltet auf jeden Fall gerne rein. Ja, auf jeden Fall Dortmund-Bayern. Starkes Spiel. Und dann die letzten beiden Spiele des 14. Spieltags. Das ist zum einen Stuttgart gegen Hertha. Der VfB hat sich wichtige drei Punkte geholt gegen den ersten FSV Mainz 05. Auch zuletzt ein Heimspiel gehabt, also zwei Heimspiele hintereinander. Das trifft sich für die Stuttgarter eigentlich immer ganz gut. Und ja, zu Gast die Hertha. Da hat es einen riesen Aufschrei gegeben unter der Woche. Ja, Typhon Korkut kommt. Für Pal Dardai. Was kann man dazu groß sagen? Also erstmal für das Spiel kann man sagen, man kann überhaupt nichts vorhersagen. Wird Hertha direkt steil gehen? Wird der Trainereffekt einschlagen? Aber man hat auch oft gesehen, dass dieser Trainereffekt sofort verpufft und nichts bei rumkommt. Von daher, aus der Perspektive möchte ich diesen Trainerwechsel überhaupt nicht bewerten auf Länge. Ich gehe tatsächlich stark davon aus, dass sich Freddy Bobic sehr intensive, sehr starke Gedanken gemacht hat. Weshalb er Typhon Korkut verpflichtet hat. Ja, Typhon Korkut wird verlacht. Er hat auch wirklich eine miserable Punktstatistik. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, meine Hoffnungen aus Herthaner Sicht sind nicht allzu groß, dass das eine Liebesgeschichte wird. Es ist Wahnsinn eigentlich, dass für die Hertha dieses Jahr wieder nur die einzige Priorität ist, in der Liga zu bleiben. Dafür ist dann Typhon Korkut vielleicht mit seinem 1,2-Punkte-Schnitt ausreichend, weil es tatsächlich noch schwächere Mannschaften gibt. Aber gut, wohin das noch führt, das bleibt offen. Und auf der anderen Seite, eigentlich wünsche ich es Typhon Korkut, weil persönlich finde ich ihn sehr sympathisch. Gut, mit Sympathie kann man in der Bundesliga nicht viel anfangen. Ist ihm vielleicht auch schon das ein oder andere Mal zulastgefallen. Aber aus der Perspektive würde ich ihm es vielleicht sogar wünschen, dass das was wird. Einzig und allein fehlt mir aktuell noch so ein bisschen die Fantasie. Aber wie gesagt, gegen den VfB Stuttgart wird es dann ja vielleicht das große Erwachen für Fußballdeutschen entgeben. Und Korkut hat auf jeden Fall plötzlich die geilste Fußball-Sache aufgezogen, die man so in den letzten Jahren gesehen hat. Schauen wir mal. Und ja, das letzte Spiel, Sonntagabend, dann 17.30 Uhr noch. Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Tabellenplatz 11 gegen Platz 4. Und wer hätte gedacht, dass davon Gladbach der Elfte und Freiburg der Vierte ist. Und Borussia Mönchengladbach, es ist ja wieder eine sehr holprige Saison. Sehr, sehr unbefriedigend. Zuletzt das deutliche 4 zu 1, die Klatsche in Köln im Derby. Ja, vorher 4-0 zu Hause gewonnen. Also es ist nach wie vor so, zu Hause ist Borussia Mönchengladbach wirklich eine Macht. Zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagen. Oder mit dem DFB-Pokal zusammen. Da erinnern wir uns dann das Spiel gegen die Bayern. Und ja, dementsprechend werden sie ja auch als Favorit reingehen gegen Freiburg. Der SCF hat die letzten drei Spiele auch allesamt verloren. Teilweise knapp. Oder ja, eigentlich fast alle knapp. 2-1 gegen Bayern verloren. 0-2 gegen Frankfurt. Das hätte auch nicht so ausgehen müssen. Und 2-1 zuletzt gegen Bochum. Das hätten sie auch nicht verlieren müssen. Verloren, ja. Trotzdem immer noch Vierter der SC Freiburg. Sehr stabile Saison. Ja, dass sie jetzt drei Spiele hintereinander mal verlieren, wird sie auch nicht aus der Bahn werfen. Aber Borussia Mönchengladbach zu Hause, wie gesagt, müsste eigentlich hier die gute Heimform wieder bestätigen. Denn Freiburg, gerade ein bisschen vorm Schwach, würde sich am Ende sicherlich mit einem Punkt zufrieden geben. Ist auch immer wieder möglich. Aber ja, die Karten für Borussia Mönchengladbach sind doch ein wenig besser. Zumal auch hier nur vier Punkte zwischen Gladbach und Freiburg stehen in der Tabelle. Und das ist nicht wirklich viel. Ja, und das soll es dann gewesen sein mit dieser Vorschau. Ich hoffe, es war nicht zu viel einfach nur um den heißen Brei herumgeredet. War es sicherlich teilweise schon. Aber vielleicht war es einfach gut, um nebenbei irgendwas beim Zocken zu hören oder wie auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderbares Wochenende. Bleibt gesund. Macht es also nicht so wie ich. Und wir sehen uns dann in Kürze und ja, schöne Adventszeit, wenn ihr damit etwas anfangen könnt. Ich mag das gerne, diese Zeit und freue mich jetzt auch auf Fußball. Aber wie gesagt, die oberste Priorität bleibt gesund und bleibt fair. Haut rein. Und wir sehen uns dann. .